Und dann ins Tor! Eine Mischung aus Können und Glück dieser Treffer, Buschi. Ja, stimmt. Klar, er zielt schon in die Richtung, aber der Ball geht an den Innenpfosten und dann rein. Das kannst du eigentlich nicht so wirklich planen. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. Ja, auch am Spielfeldrand.